Das heutige Video dreht sich um Hauglandjacken. Und Hauglandjacken begleiten uns hier bei Kohle und Gerst schon viele Jahre. Ich glaube, das erste Mal, dass wir sie so offiziell getragen haben, war bei Destination Neuseeland, in Destination Namibia. Da war das Bedürfnis von wärmenden und regensicheren Jacken eher minder groß. Aber in Destination Schottland wird man diese Jacken wiedersehen. Aber ehrlich gesagt, wir tragen die super häufig auf Produktion. Und wir wurden ebenfalls auch schon super häufig darauf angesprochen, um nicht mal ein Video zu machen über die und da. Aber jetzt haben wir uns im Ergebnis dazu entschieden, dieses Video zu machen. Das hat einen Grund, warum wir es nicht gemacht haben. Nämlich, weil wir unsere Kompetenz eher weniger bei Jacken sehen, als eher vielmehr bei Objektiven, Kameras, Blitzlichtern, Leuchten, LED. So, da kann ich sagen, das ist ein unglaublich gutes Objektiv, weil das und das und das und das. Aber bei Jacken, so Schnitttechniken, ich meine, die Sarah bei uns im Team, die hat ja Modedesign studiert. Und die sagt dann immer irgendwie so Schnitte hier, Schnitte da und Ort. Aber da habe ich einfach keinen Plan von. Aber darum soll es auch erstmal gar nicht gehen, denn dieses Video hier hat einen Grund, hat eigentlich auch mehrere Gründe. Es ist kein bezahltes Video, Hashtag Transparenz, hier bei Kronobon Gerst. Also der Benjamin Jaworski, der ja der Gründer und der Erfinder von Haugland ist, der hat uns jetzt keinen Cent gegeben dafür, dass wir dieses Video machen. Aber da wären wir auch schon mitunter bei dem Grund dieses Videos. Denn erstens, wir haben es jetzt bei unserem Buch gemerkt. Und das Buch ist jetzt im Vergleich zu dem, was Haugland betrifft, hier echt Kindergarten. Es ist gar nicht so einfach, so eine Sache auf die Beine zu stellen. Und es geht darum, dass ich das bewundernswert finde, was er auf die Beine gestellt hat und dass wir die Jacken gerne tragen. Und dass ich ehrlich gesagt diesen Kollegialitätsfaktor auch gerne etwas höher voranstellen würde. Ich finde, dass in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren YouTube so ein bisschen rauer geworden ist. Und ich finde, das muss alles nicht sein in der heutigen Zeit. Die Menschen hauen sich schon genügend aufs Köpfchen. Da muss man nicht noch mehr online irgendwie zanken. Und wie gesagt, das Buch war so ein kleiner Geschmack mal wieder bei uns. Was es heißt, irgendwie Dinge zu produzieren, auf Lager zu halten, Versandpackungen. Dieses Ganze drumherum, was es bedeutet, sowas zu machen, ist einfach nicht zu unterschätzen. Und Haugland hat sich jetzt schon in gewisser Weise etabliert, finde ich schon. Und wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesen Jacken. Ein anderes Video, was ich auch mal verlinken kann oder was ich hier verweisen kann, war ja unser Handschuh-Video. Wir haben mal gesagt, ja, guck mal hier, coole Winterhandschuhe, die benutzen wir mit irgendwie sonst was pipapo. Und dann kamen direkt die Kommentare von wegen, boah, die sind aber da besser und da sind hier welche besser. Und ich würde es gerne von diesem Level runterholen, ob es da noch irgendwo auf dieser Welt etwas gibt, was besser ist. Es juckt mich ehrlich gesagt auch nicht. Wir haben diese Jacken, wir ziehen sie als Teamjacken an, wir haben die in unterschiedlichen Größen, wir haben die unterschiedlich häufig dabei und an. Und wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, weil man eben merkt, und das wäre der zweite Punkt, dass jemand aus der Fotobranche etwas für Fotografen gemacht hat. Ich finde, es fällt schon auf, wenn jemand eine Jacke designt, die zum Beispiel für Bergsteiger gemacht ist. Die haben andere Bedürfnisse. Also wer zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine Woche lang da leben möchte, ohne sich jemals irgendwie wegzubewegen von seinem Biwak oder sonst was, der hat andere Bedürfnisse als ein Fotograf, der nie weiß. Also bei mir geht es immer so, wo soll ich jetzt das hin tun, ohne dass es irgendwie Gefahr läuft, irgendwo anders runterzufallen oder pipapo. Der Bedarf an kleinen Accessoires, das ist alles in diesen Jacken mit drin und das finde ich richtig toll. Eine Sache, die ich nicht so toll finde, ist, dass es nicht die entsprechende Krolop Gerstfarbe gibt, nämlich Orange. Eigentlich müssten die Dinger Orange sein, dann wäre es richtig cool für uns. Aber gut, wir fangen jetzt erstmal an, wahrscheinlich irgendwann die Patches zu überkleben mit Krolop Gerstpatches. Kommen wir zum Thema der Jacken zurück. Hier hängen gerade zwei Jacken. Wir haben die in sehr bunten, auffälligen Jacken, weil wie gesagt, bei uns sind die auch so ein bisschen Produktionsjacken. Und ich mag das irgendwie, wenn man auch so merkt, okay, die gehören dazu. Man muss nicht zwangsweise bei Produktionen immer untergehen, vor allem wenn die Produktionen eigentlich auch legal sind und angemeldet und alles in Ordnung ist. Da darf man auch gerne auffallen, weil dann fällt man auch immer in gewisser Weise auf, dass da das Team vor Ort ist, dass das Team arbeitet, dass da auch wirklich was getan wird. Also ich bin ehrlich gesagt ein Fan von diesen bunten Jacken, aber ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich will nicht wie ein Papagei in der Gegend rumstehen, wenn ich einem nicht auffallen möchte. Deswegen gibt es diese Jacken aber auch in anderen Farben. Wie gesagt, wir haben sie nicht. Wir haben nur gelb und rot. Was gibt es über die Jacken mal zu sagen? Was ist denn das, was mir am meisten gefällt? Ich habe es ja schon angesprochen. Es ist die Anzahl an Taschen, an die Größe der Taschen. Also hier zum Beispiel, da passt locker ein 24-70, da passt sogar ein Kamera und ein Objektiv ran. Also manchmal kommt dann so die Kamera oben raus und das Objektiv kommt hier reingesteckt. Diese Tasche ist so meine Filtertasche. Da passt so ein 77 oder so ein runder Filter perfekt rein mit Case. Und dann ist es natürlich so, dass die Taschen nicht aufhören. Hier, es geht weiter. Überall sind irgendwo so Kleinigkeiten, wo man Sachen reinbringt. Ich glaube, das ist schon genug gehypt von Benjamin selber. Das ist so sein Putztuchhalter. Da muss ich aber sagen, lieber Benjamin, da hast du leider ein bisschen falsch gemacht. Da hättest du mehr bei Krolop und Gers gucken müssen. Denn diese Putztücher, die du mitlieferst, das sind keine idealen Putztücher. Die sind nämlich bedruckt. Und man soll die Dinger nicht bedrucken, hat uns ein Fachmann gesagt, weil die Farbe auf diesen Mikrofasertüchern verändert das Putzverhalten. Und auch die, keine Ahnung, Kapillar und sonst was Bildung von dieser Flüssigkeit. Also eigentlich sollte man dreifach, vierfach, zehnfach geraffte Mikrofasertücher nehmen, die nicht bedruckt sind. Das sind die besten. Aber nichtsdestotrotz, man hat hier immer das Mikrofasertuch dabei und kann es dann einfach hier reinstecken. Und das ist eine wunderschöne Sache, weil sonst habe ich immer früher die Mikrofasertücher irgendwo anders reingesteckt. Und die wurden dreckig, dadurch, dass sie irgendwo anders drin waren und waren dann irgendwann nicht mehr zu verwenden, um irgendwas zu putzen. Klar, mit einem dreckigen Tuch kann man kein sauberes Objektiv noch sauberer bekommen. Hier innen drin, auch hier Filter für Speicherkarten, für Akku. Gut, das ist jetzt zum Beispiel eher ein kleiner Akku, der hier reinpasst, aber keiner von der Z9 oder sowas. Aber die Taschen sind einfach riesengroß und in der Lage, wirklich viel reinzubringen oder unterzubringen. Das Ganze ist übrigens so eine Art modulares System. Es gibt die Außenjacke, es gibt dann so eine Fließjacke und es gibt dann auch nochmal so eine heiße Steppjacke, glaube ich. Das ist so mit diesem Muster hier drin. Die kann man einzeln kombiniert anziehen. Man kann die auch alle zusammen anziehen. In Destination Schottland tragen wir oft alle vier, alle drei Jacken übereinander, weil es einfach so kalt war, dass es einfach für uns notwendig war, alle zu tragen. Aber man kann auch mal nur einfach die anziehen. Man kann auch nur die beiden unteren anziehen. Und ehrlich gesagt ist es eine wunderschöne Sache, dass man so ein Zwiebelprinzip hier bekommt. Dieses Zwiebelprinzip ist meiner Meinung nach eh, ich merke es ja bei meinem Sohnemann, das Beste, weil man immer die Ebene ausziehen kann oder die Lage ausziehen kann, die man zu viel hat, um nicht zu schwitzen. Die Verarbeitung ist solide. Eigentlich ist sie gut. Was ich bemerkt habe, ist, dass zum Beispiel hier bei uns die nachgenäht werden müssen. Also man merkt es, glaube ich, an den etwas älteren Jacken, die jetzt auch wirklich in Neuseeland dabei waren, dass wir die hier nachgenäht haben, weil durch das immer wieder Aufziehen irgendwann dann da sich die Nähte genäht haben. Also eine Kritik von mir, auch hier vielleicht an Benjamin, gerade die ganz oft auf- und zugemachten Klettverschlüsse, dass die ein bisschen besser rangemacht werden müssen. Und meistens eben ist es diese Flauschig-Seite, die abgeht. Es ist nicht diese, wie nennt sich das, diese Hakenseite, sondern es ist diese Flauschig-Sachen, die abgehen. Es ist warm, es ist funktional, es ist auch wirklich so, dass man lange im Regen stehen kann. Ich glaube, da werden jetzt irgendwie den Kommentaren kommen, so von wegen, da gibt es eine Jacke, da kann man eine halbe Stunde länger irgendwie im Tropenzimmer stehen. Wir hatten jetzt nie wirklich Probleme, dass wir nass wurden. Wie gesagt, ich will es gar nicht auf diese Ebene bringen, dass man irgendwie zu sehr vergleicht. Wir wollen das Video eigentlich machen, weil wir happy sind mit den Jacken. Es gibt sehr viele Taschen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, irgendwas zu verstauen. Und das ist eigentlich genau das, worum es uns ankommt beim Fotografieren. Die Jacke ist durchdacht, sie geht auch relativ lange runter. Das hat man bei Sarah eigentlich immer gesehen, als sie noch nicht eine eigene S-Frauenjacke hatte, sondern als sie unsere Kerle-Männerjacken anziehen musste, dann die von Thilo. Aber da war die eben sehr, sehr, sehr weit, weil die generell schon sehr weit gehen. Was aber auch wieder sehr toll ist, weil beim Fotografieren ist man ja oftmals in so einer gebückten Position, manchmal kniet man und dann wird man oft an den Oberschenkeln nass. Das heißt also, eine Jacke, die muss sehr, sehr, sehr weit runter gehen, viel länger, als die Jacke runter gehen müsste, wenn man nur wandert. Weil man eben immer in irgendwelche tiefen Positionen geht, weil man ein Stativ aufbaut, weil man sich runter kniet und irgendwas vom Boden aufnimmt oder vom Rucksack aufnehmen muss. Also das ist einfach eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Das war es eigentlich. Das war die Vorstellung. Wir sind zufrieden. Wir sind mehr als zufrieden. Und ich finde es einfach total toll, dass ich aus einem YouTuber, der nur YouTube-Videos macht, ich meine, jetzt mal aus meiner Geschichte heraus, als ich irgendwann meiner Oma erzählt habe, dass ich YouTube-Videos mache, hat die erstmal mich komisch angeguckt und hat gefragt, ob ich was zum Essen mitnehmen möchte. Also sie wollte mir Essen mitgeben. Vielleicht hat sie zu viel Essen mitgegeben. Aber eine Firma wie Haukland, die ja auch schon Pullover hat und immer mehr hat, das aus so einem YouTube-Kanal aufzubauen, da bin ich ein bisschen eifersüchtig und neidisch und blicke ehrfurchtsvoll auf Benjamin. Und da verziehe ich auch ganz offiziell meinen Hut. Und so wie ich eigentlich schon angefangen habe, weder wächst mein Bankkonto durch dieses Video noch das von Marc, noch irgendwie sonst was. Ich hoffe, dass Benjamin mich irgendwann mal wieder entzinkst, wenn wir uns sehen, auf einen Whisky einlädt und man einfach wieder schnackt, warum er eigentlich auf die Idee kam, das Haukland zu nennen. Das ist ja irgendwie so ein Gebiet, irgendeine Region in sonst wo. Ich finde, wer Interesse hat an einer guten Jacke für Fotografen, wird da sicherlich nicht bei einer 20-Euro-Aldi-Jacke fündig werden bei Haukland, aber er wird mit der Jacke meiner Meinung nach sehr zufrieden werden. Und wenn man dann noch weiß, dass im Hintergrund jemand ist, der selber fotografierend mit einer 350D oder ich weiß nicht, wo Benjamin angefangen hat mit seinen ersten YouTube-Kanal-Videos, mit einer 350D-Fotos in der Lüneburger Heide irgendwie so gemacht hat, dann finde ich das nochmal erstaunlicher und nochmal toller. Also, in diesem Sinne, vielleicht auch als kleinen Aufruf zu bewerten, in Kommentaren bei YouTube so ein bisschen erst nachzudenken und dann zu tippen, weil da immer wieder Menschen hinter den Kommentaren und hinter den Produkten stehen und dieses Bekriegen und dieses Asozialsein, sage ich es einfach mal so, das bringt keinem was. Also, konstruktive Kritik ist immer gewünscht, solange sie nicht persönlich wird, aber oftmals hat das ja bei YouTube gar nichts mehr mit konstruktiver Kritik zu tun. Und wie gesagt, als Vorstellung vielleicht sehr persönlich geworden, dieses Video, aber darum geht es ja auch bei Kohle und Gers. In diesem Sinne sage ich Tschüss und viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal.